Hallo Leute, Stevie hier. Erstmal begrüßen wir den Nooblake und den Jan. Grüße gerne bei euch Hausdiggis und... Warte, Mann, ey. Ich will mich jetzt mal entschuldigen, dass ich heute früh nicht gestreamt habe, weil ich verschlafen habe und auch weil ich was privates erklären musste wegen der Arbeit her. Gibt mir live mega. Und wie gesagt, ab Samstag geht es ja so Wochenende von früh bis spät mit euch zu spielen und sagt, ich muss weg. Also es wird geplant, dass ich mit euch erstmal was mache. Zum Stream heute wird um 20 Uhr losgehen und wird bis um 22, 23.30 Uhr gehen, das Stream, weil ich muss morgen um 4 Uhr arbeiten. Aber morgen Abend, also am Freitagabend, bis Wochenende, da wird ihr durchgestreamt. Da braucht nicht fragen wie lange, da wird einfach gestreamt. Easy. Hm, was ich noch an die Mods noch sagen will, Leute. Ihr seid Mods. Unterstützt mich, beleidigt niemand und fertig. Letzt mich in die Kommentare hören, ja, das und, 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 und. Macht das einfach. Danke. Und auch mit dem Band, das müssen wir noch mal reden. So. Hab ich alles gesagt? Hab ich alles gesagt? Wieder heute sehen wir uns heute um 20 Uhr beim Livestream um 20 Uhr. Dann haut da rein. Tschüss.